Bodensee Der Bodensee ist der größte See im deutschsprachigen Raum. Das Ufer gehört zu Deutschland, Österreich und der Schweiz, der See selbst ist internationales Gewässer und wird in einer Kommission von Vertretern aller drei Anrainer Staaten verwaltet. Von Südosten nach Nordwesten sich erstreckend, ist er der größte Deutsche und nach dem Genfer See auch der größte Schweizer See. Er hat eine Uferlänge von 273 Kilometern, davon 18 Kilometer in Bayern und 155 Kilometer in Baden-Württemberg, eine Länge von 63 Kilometern, von Bregens bis zum Einfluss der Stockach, eine maximale Breite von 14,5 Kilometern, von Arbon nach Friedrichshafen, und bei mittlerem Wasserstand, 398 Meter Ü. N. N. 536 Quadratkilometer Flächenraum. Seine mittlere Tiefe beträgt 90 Meter, seine Max. Tiefe 254 Meter. Staatenregionen Orte gegen den Uhrzeigersinn Obersee Deutschland minus Freistaat Bayern Sehr reizvolle Lage bestehend aus Festland und einer Insel, viele Gebäude sind erhalten, schöner Hafen. Malerische Halbinsel, Pfarrkirche aus dem 14. Jahrhundert, Museum im Malhaus, Biotop-Lehrpfad Birkenried. Mittelpunkt eines der schönsten Freibäder am Bodensee. Baden-Württemberg Schloss Lippag, Bauernpfad, Beginn des 111 Kilometer langen Wanderwegsjubiläumsweg Bodensee-Kreis durch das Hinterland nach Überlingen, Kabelhängebrücke über der Argen. Schloss Musfort, Zollhaus am Hafen, Marktplatz, barocke Pfarrkirche St. Martin. Dorf Idyll im Verwunschenen Ried, Naturschützzentrum im Eriskircher Ried. Wo die Zigarre das Fliegen lernte, Industriestadt mit ein paar Museen, bekannt durch den Zeppelin-Bau im frühen 20. Jahrhundert, Zeppelin-Museum, Dornier-Museum, Schulmuseum. Gut erhaltene Kleinstadt mit zwei Schlössern. Unterstadt, Uferpromenade, Fußgängerzone, Freibad und Therme. Oberstadt, Burg Meersburg, auch alte Burg oder altes Schloss genannt, über der Unterstadt aus dem 7. Jahrhundert, neues Schloss, von der Terrasse des neuen Schlosses hat man einen schönen Blick auf den See, Altstadt, Marktplatz, verwinkelte Gässchen, Obertor. Größte Stadt im Bodenseegebiet mit schönen Uferpromenaden, historische Altstadt aus dem 12. bis 15. Jahrhundert mit Münster- und Fußgängerzone. Schweiz-Kanton Thurgau. Mit Konstanz in Deutschland verwobener Ort auf Schweizer Seite. Hafenstadt, Autofähre nach Friedrichshafen. Ausgedimmte Uferpromenade, heimelige Altstadt Gässchen, herrschaftliches Schloss. Schweiz-Kanton St. Gallen. Steinach. Kanton Thurgau. Minus alte Handelsstadt im barockem Gewand, Seepromenade und stattliche Bürgerhäuser, Kornhaus, Barockhäuser, ehemalig Benediktiner Kloster Maria Berg Mittelpunkt Zahnradbahn nach Heiden, Biedermeierdorf, Mittelpunkt Ausflug nach St. Gallen. Staat, Gemeinde Minus 100 Wasserarchitekturprojekt, Markthalle Altenrhein, 2002. Altenrhein, Tal SG, Naturschutzgebiet Blumenwies, Pflegermuseum. Staat, Gemeinde Minus 100 Wasserarchitekturprojekt, Markthalle Altenrhein, 2002. Altenrhein, Tal SG, Naturschutzgebiet Blumenwies, Pflegermuseum. Altenrhein, Tal SG, Naturschutzgebiet Blumenwies, Pflegermuseum. Österreich Minus Bundesland Vorarlberg. Rheindelta, Bodensee, Beifussach Minus Naturschutzgebiet Rheindelta. Minus am Fuße des Pfenders und des Gepardsbergs. Minus am Fuße des Pfenders und des Gepardsbergs. Überlinger See. Baden-Württemberg. Unteruldingen, kleiner Ort am See mit sehenswertem archäologischen Freilichtmuseum. Pfahlbauten, Reptilienhaus. Oberuldingen, St. Wolfgangskapelle. Maurach, Schloss Maurach. Kneipalbad, ehemalige Freireichsstadt. Münster-Sankt Nikolaus mit monumentalem Hochaltar, Franziskanerkirche, Rathaus mit historischem Rathaussaal, 1492 bis 94, Stadtgarten mit altem Baumbestand, berühmter Kakteengruppe, Rosengarten und Fuchsienwegen. Historischer Dorfkern mit Rathaus aus dem Jahre 1669. Ludwigshafen, Großherzoglich-Badisches Hauptzollamt. Bootmann, Wallfahrtsstätte Frauenberg und Ruine Alt-Bootmann, Pfarrkirche mit gotischem Turm, Torhaus, Gräfliches Schloss, alte Fachwerkhäuser, Naturschutzgebiet Achmündung. Marienschlucht. Die Blumeninsel. Marienschlucht. Die Blumeninsel. Untersee-Baden-Württemberg-Konstanz, fast Großstadt mit schönen Uferpromenaden, Altstadt mit Fußgängerzone. Naturschutzgebiet Wollmattingerried, Begeber nur unter Führung, April-Oktober, Mittwoch, Samstag U. So, Telefonnummer, 07531-78870, Klosterinsel, einst Mittelpunkt des Abendlandes, und Gemüseinsel Pfarrkirche, Wild- und Freizeitpark Halbinsel Mettnau. Naturschutzgebiet mit Aussichtsturm Altstadt, Marktplatz, Münster, Rathaus, Reichsritterschaftsgebäude, Stadtapotheke. Halbinsel Höri, Broschüre Moos Öeningen-Öeningen. Schweiz, Kanton Schaffhausen bemalte Bürgerhäuser, Oberthor, Unterthor, Burg Hohenklingen, Kloster St. Georgen, Museum Lindwurm, Propsteiwagenhausen Schweiz, Kanton Thurgau-Mammern, Barocke Schlosskapelle von 1750, Ruine Neuburg-Altstadt, Altes Rathaus, 1498, Turmhof, 1282, Pulverturm, 1497, Berlingen-Rathaus, 1780, Reichenauer-Kehlhof, 1686, Seepromenade, Neugutische Pfarrkirche und Winzerhäuser aus dem 18. Jahr, Mannenbach Schloss Arenenberg mit Napoleon Museum Ametingen minus Fachwerk und putzige Fischerhäuschen, Weinmuseum Winorama Gottlieben minus die Drachenburg ist ein besonders schönes Fachwerkhaus, malerische Wasserburg am Ufer, nicht zugänglich. Geografisches bei Meersburg und Konstanz teilt sich der Bodensee, Obersee, in zwei Arme, in den Untersee und den nördlichen Überlinger See. Der Überlinger See ist ein verlängertes Becken des großen Obersees und 21 Kilometer lang, er wird manchmal auch Bodmer See genannt. An diesem Seeabschnitt liegt im Norden die badische Stadt Überlingen und im Süden die Blumeninsel Mainau. In den Untersee fließt der Rhein in Konstanz hinein und bei Stein am Rhein aus dem See heraus in Richtung Schafhausen. Der Untersee hat zwei nördliche Teile, den Gnadensee und den Zellersee, an der die Stadt Radolfzell liegt. Zwischen Gnadensee und Untersee liegt die liebliche Insel Reichenau, auf der Gemüse, Ost und Wein prächtig wachsen. Am Nordostufer des Obersee befindet sich die Halbinsel Lindau, die mit dem Festland über einen Bahndamm und eine Autobrücke verbunden ist. Zuflusser Obersee Es ist dunkelgrünlich und klar, es schwillt oft sehr plötzlich zur Zeit der Schneeschmelze um drei bis vier Meter an und wird durch den Föhn, Südwind, den Nordwest- und Ostwind zu haushohen Wellen aufgewühlt. Auch wird es ohne eine sichtliche äußere Ursache von merkwürdig schnellem Wechsel des Steigens und Fallens, Rust genannt, beunruhigt. Um die Gefahr der Überschwemmungen zu vermindern, begann man im 19. Jahrhundert, den Abfluss des Untersees zu regulieren. Im Frühjahr, besonders im März, ist die Fläche des Bodensees häufig mit dem männlichen Samenstaub von Wasserpflanzen bedeckt, was man das Blühen des Sees nennt. Aus dem Bodensee wird Trinkwasser für mehrere Millionen Menschen gewonnen. Die Trinkwasseraufbereitungsanlage befindet sich in Siblingen. Die Amtssprache der dem Bodensee angrenzenden Länder Deutschland, Österreich und Schweiz ist deutsch. Die Schweiz grenzt mit ihrem deutschsprachigen Teil an den Bodensee. Mit dem Flugzeug Der Bodensee-Aport in Friedrichshafen ist ein internationaler Flughafen und bietet unter anderem Verbindungen zu den Städten Berlin, Hamburg, Köln, Münster und Frankfurt am Main. International werden London via Gatwick, Alicante, Antaia, Reykjavik, Hurghada, Shamelschik und die Kanaren angeflogen. Der Flughafen St. Gallen-Altenrhein ist ebenfalls am Bodensee, er wird von Wien aus angeflogen. Der nächste große internationale Flughafen ist der Flughafen Zürich. Er ist ungefähr eine Bahnstunde vom Bodensee entfernt. Mit dem Zug Verkehrsknotenpunkte sind in Deutschland, Konstanz, Friedrichshafen, Lindau in Österreich, Bregenz in der Schweiz, Kreuzlingen, Romanshorn, Rorschach. Auf der Straße Aus Deutschland, die führt von Stuttgart, D. aus direkt an den See bis kurz vor Konstanz, die wählt man, wenn man aus der Region München an den See möchte. Aus Österreich, über dem Arlberg an die Rheintal-Walgau-Autobahn in Richtung Bregenz. Aus der Schweiz, von Zürich und Winterthur aus, Richtung Rorschach bzw. Richtung Romanshorn, von Kur aus Richtung St. Margreten. Die Hauptstraße 13 von Rorschach bis Kreuzlingen führt am See entlang. Mit dem Fahrrad der Bodensee liegt an verschiedenen internationalen Radwanderwegen. Dies sind unter anderem auf, deutscher Seite im Westen der Rheintalweg, schweizerischer Seite die Rheinroute, die Seenroute und die Mittellandroute, siehe auch Rheinradweg. Individualverkehr der Bodensee ist vor allem in den Sommermonaten eine Region mit hohem Verkehrsaufkommen. Gerade in Stoßzeiten sind lange Wartezeiten und Staus innerorts, Extrembeispiele sind Bregenz und Konstanz, und an Fähren unvermeidlich. Daher empfiehlt es sich auf den öffentlichen Personennahverkehr auszuweichen oder das Fahrrad zu benutzen. Bus- und Bahn-Zahlreiche Streckenabschnitte, z.B. bei schlechtem Wetter, können problemlos mit der Bahn zurückgelegt werden. Es gibt rund um den Bodensee Bahnlinien, vor allem auf schweizerischer und österreichischer Seite sind die meisten Bahnhöfe direkt am See. Länderübergreifende Bus- und Bahntageskarten, die sogenannte Tageskarte Euregio Bodensee, inklusive der beiden Autofähren für die Region Schaffhausen, Ravensburg, Feldkirch gibt es für 17,50 Euro bis 29,50 Euro bzw. 26 bis 41 Franken für Erwachsene, Kinder die Hälfte, mit Bahncard, Vorteilscard oder Halbtax, 14 Euro bis 22 Euro bzw. 20.50 bis 31 Franken und für zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder, 35 Euro bis 56 Euro bzw. 52 bis 78 Franken, Stand 2013. Achtung, in Deutschland ist es nur auf ihre, ihr und abgültig, in der Schweiz und Österreich ebenfalls in IC und EC. Diese bietet darüber hinaus Ermäßigungen in einigen Museen, Zoos, Bergbahnen oder Eventparks wie das Ravensburger Spierland oder das Conjiland. Fähre Autofahrermittelpunkt Konstanz, Meersburg, die Überfahrt dauert 15 mindestens, die Fähren fahren alle 15 mindestens, nachts stündlich. Die einfache Fahrt kostet 2,70 Euro, hin und zurück 4,90 Euro. Für das Fahrrad sind 2,20 Euro extra pro Fahrt zu zahlen. Autofahrer Romanshorn Friedrichshafen Romanshorn, Friedrichshafen. Dies ist auch die Seeverlängerung der Bahnstrecke Zürich, Ulm. Fahrtdauer, 41 mindestens, jede Stunde bis 21 Uhr 36. Fahrbase, 8,60 Euro Cent 11 Frau, hin und zurück, 15,60 Euro Cent 20 Frau Halbtags und GA sind gültig, nicht aber Bahncard oder Vorteilscard. www.zack.ch-faire bzw. www.bsb-online.com-faire.html Mit dem Fahrrad in Bodensee umgibt ein dichtes Radwegnetz mit Anschluss an Fernradwege. Eine tolle Möglichkeit, Land und Leute rund um den Bodensee kennenzulernen, ist beispielsweise der Bodensee-Radweg. Dieser führt fast immer in Ufernähe am gesamten See entlang. Die Routen können vielseitig gewählt werden, da man je nach Geschmack nur den großen Teil, den Obersee, wahlweise auch den Überlingersee und den Untersee umrunden kann. Zu Fuß nicht ganz so bekannt wie der Bodensee-Radweg ist der Bodensee-Rundwanderweg. Zu Fuß geht es dort teilweise näher am See entlang, streckenweise ist er deckungsgleich mit dem Radweg. Rundfahrtenkursschiff Es gibt die Schiffe der Weißen Flotte, die im Sommer verschiedene Städte am See und dem Rhein miteinander verbinden. Im Jahre 2005 wurde eine Schnellschiff-Verbindung zwischen Friedrichshafen und Konstanz eingerichtet, die im Stundentakt verkehrt. Die Fahrzeit beträgt ca. 45 Minuten und der Fahrpreis für die einfache Fahrt 9,50 Euro, Fahrrad, 4 Euro, Kinder 6 bis 14 Jahre U. Hund, 4,80 Euro. Aktuelle Fahrplan- und Preisinfos gibt es unter da-katamaran.de. Inhaber der Bodensee-Erlebnis-Karte für Seebären und Sparfüchse können kostenfrei auf den Kursschiffen fahren. Die Verkehrsstrecke Schaffhausen, Stein am Rhein, Reichenau, Konstanz, Kreuzlingen wird durch die Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee, Rhein bedient. Auf dieser wie auch anderen von Schweizer Seite aus bedienten Strecken inklusive der Autofahrer gelten die Halbtags- und Generalabonnemente. Fahrpläne auf www.sbb.ch und www.zac.ch, Schweizerische Bodensee-Schifffahrtsgesellschaft. Sehenswürdigkeiten Eisenbahnfreunde werden besonders am Südufer des Bodensees auf ihre Kosten kommen. Hier befinden sich gleich zwei Zahnradbahnen, die eine führt von Rorschach nach Heiden, die andere von Rheineck nach Walzenhausen. Aktivitäten rund um den Bodensee bieten zahlreiche Sehenswürdigkeiten, Museen, Parks und Freizeiteinrichtungen abwechslungsreiche Möglichkeiten. Zahlreiche davon lassen sich mit der Erlebnis-Karte Bodensee, zu 40 Euro, drei Tage, bis 130 Euro, 14 Tage, kostenlos besuchen, einige sind nur vergünstigt. Bus- und Eisenbahnfahrten sind nicht enthalten. Man sollte sich jedoch im Vorfeld über die Möglichkeiten und Einzelpreise informieren, da es durchaus günstiger sein kann, ohne die Karte unterwegs zu sein. Slope Bodensee Ein knapp 40 Kilometer langer Rundkurs wird an einem Tag für den Motorverkehr gesperrt. In etwa drei Stunden kann die Strecke absolviert werden. Es ist genügend Zeit für Kulinarisches und Kulturelles an den verschiedenen Festorten entlang der Strecke. Slope Euregio Bodensee Küche Die badische Küche, die man im Westen des Bodenseegebiets antrifft, gilt als eine der besten in Deutschland. Sie wird bereichert durch viele schwäbische Spezialitäten. Dazu findet man in allen drei Alpenländern leckere Käsegerichte von Fondue bis Käsespätzle. Spezialitäten sind und andere den Nille, eine schwäbische Verwandte von Flammkuchen, Knöpfle, Spätzle, in allen Variationen, im Frühjahr Bärlauchküchli oder Brennnesses. Kulinarische Höhepunkte sind die Fische aus dem See, Egli, Fällchen und Seeforellen, aber auch Lachs und Schleie. Sie werden am Ufer frisch zubereitet. Bei den süßen Nachspeisen sind die Österreicher unschlagbar. Ihre Strudel und Nockerlen sind ein Gedicht, allerdings auch sehr kalorienreich. Der Kanton Thurgau wird nicht umsonst Mostindien genannt. Äpfel gibt es im Thurgau in Hülle und Fülle und deshalb auch viele Speisen, die mit Äpfeln zubereitet werden. In Folge dessen natürlich auch kilometerweite Apfelkulturen. Siehe auch, und bei Koch-Wiki. Unterkunft Einzeladressen Siehe bei den Ortschaften Zu beachten sind die eher gehobenen Übernachtungspreise in der Schweiz und in den direkten Seegemeinden. Gerade in der Hochsaison, Juli bis Anfang September kann es vorkommen, dass viele Unterkünfte ausgebucht sind. Hier wäre ein Übernachten auf dem Campingplatz oder ein vorheriges Reservieren einer Unterkunft empfehlenswert. Durch das Buchen fällt aber die Flexibilität in Hinsicht auf eine eventuelle Route weg. Alternativ kann eine, günstigere, Übernachtungsmöglichkeit, beispielsweise in Pfullendorf, Frekingen, Salem oder im Donautal, gewählt werden. Im Degenhausertal sowie in Beuron gibt es einen ruhigen und günstigen Campingplatz. Etwas abseits des Rummels kann auch am Untersee übernachtet werden. In der Hauptsaison ist eine vorherige Reservierung zu empfehlen. Ausflügefestungsruine Hohentwil bei Singenreinfall bei Schaffhausen am Hochrhein Sentes Minus mit 2.502 Meter höchster Berg im Alpsteinmassiv St. Gallen, Altstadt mit Klosterbezirk, UNESCO-Weltkulturabe, Bad Schussenritt mit Schussenquelle, Biergrubmuseum, Museumsdorf Kürnbach, Dorfkirche Steinhausen und Zellersee-Ravensburg-Helikopterflug um den Bodensee. In der Nähe liegen die Regionen Schwarzwald, im Nordwesten, Oberschwaben, im Norden angrenzend, das Allgäu und der Bregenzer Wald, im Osten angrenzend, sowie die Alpen, im Süden. Webcams Panoramablick von Linda über den Bodensee zum Den-Alpen, Kamera der Schmidt Elektronik GmbH Bodenseeblick mit Pfallbauten bei Unteruldingen, die Kamera auf der Museumsseite besitzt eine hohe Auflösung.